Herzlich Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir gucken mal, was jetzt die nächste Quest ist. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir gehen entweder hier zur Nebenquest, zum Anwesen von Rannamans Familie, oder wir machen die Hauptquest weiter. Hauptquest ist gedacht für Level 20. Wir haben Level 20. Nebenquest 15. Ach ja, die eisige Wildnis ist auch ab Level 30 erst empfohlen. Empfängnisvolles Erbe. 15. Ich möchte wissen, wie es mit der Hauptstory weitergeht. Wir machen mit der Hauptstory weiter. Bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich gerne mit der Hauptstory weitermachen möchte. Einfach, weil es mich interessiert, wie es weitergeht und um hier auch ein bisschen voranzukommen. Muss ich auch sagen. Ob wir es wirklich, also wie gesagt, 100% bringen wir es auf keinen Fall. Momentan bin ich da echt für Hauptstory, weil die gerade auch so schön Fahrt aufnimmt. Und das ist dann ja auch immer ganz nett. So geht das hier zu sammeln. Und das zu sammeln. Das steigt so wieder ab. Gut, auf geht's. Bekunden wir ein bisschen die Wildnis. Ach, schön da mit den Wasserfällen. Das hat schon was. Ja, wird wahrscheinlich wieder knackig werden. Kann ich mir gut vorstellen. Die Steuerung ist hier leider nicht so schön. Mit A und D muss man hier immer so ein bisschen gegenhalten. Und dann wird es hier auch immer schön, wenn sich die Reittiere dann auch einfach mit der Maus steuern lassen. Dass sie irgendwie in die Richtung gehen, in die man auch guckt. Das geht dann eigentlich immer recht fluffig von der Hand. Ist hier leider nicht so. Jetzt muss man ein bisschen Gas geben. Oh, kein Wende. Wollen wir wieder aufpassen. Dann können wir hier wieder... ...beklipsam. Da muss ich hoch. Na gut. Dann ist hier vorbei mit der Reiterei. Jetzt beginnt hier der ernste Teil. Schluss mit lustig und einfach vorbeireiten. Dafür können wir hier schön fluffig hochklettern. Muss ja auch mal Vorteil haben. Schnüffelt hier immer noch rum. Ja, sagst du. Also wenn hier einer schnüffelt, dann sind das ja wohl wir. Tja. Hier kommt doch sowieso keiner hinterher. Lagerfeuer entdeckt. Das finde ich gut. Da oben dann vielleicht irgendwann mal. Aber das ist schon schick hier, wo den Wasserfall hochzuklettern. Das ist auch viel zu rutschig hier. Ei, 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 ei. Ich frage mich, ob meine Rechte auch einfach so hochklettern könnte. Wahrscheinlich echt schwierig. Weil das wird doch echt glitschig, so Gestein. Lass uns Gestein. Das ist doch mega rutschig. Manchmal muss man dann die Leertaste drücken. Aber ich bin damit jetzt sehr sparsam geworden. Oh. Kann ich hier eigentlich... Da können wir schnell wieder runter. Kann ich jetzt eigentlich die auch rufen? Und sie dann über die Kante runterschmeißen? Dann haben wir das. Nein. Falsche Taste gedrückt. Ich habe C gedrückt. Nicht X. X und C liegen direkt nebeneinander mit X. Ich wollte gerade schön auf das Pfeifen rüber. Ah, ich glaube, wir dürfen nochmal klettern. Boah, ich bin echt gespannt, wenn der gespeichert hat. Ich hoffe, oben am Felden. Aber wahrscheinlich nicht. Ach, ich bin echt gespannt, wenn ich die Kante runterschmeißen habe. Ich würde gerne etwas kaufen. Individieren. Und damit herzlich willkommen zu... Oh, nee. Jetzt darf ich da wieder fünf Minuten hinreiten. Weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ach, Leute. X und C sind direkt nebeneinander. Wenn man nicht hinguckt. Nur weil es ihm nicht gelungen ist, den Sonnenkönig umzubringen, ist er längst nicht unschuldig. Er muss dafür bezahlen. Ach, das ärgert mich gerade richtig. Naja. Hilft ja nix. Ich bin immer wach. Sag mal so, es war jetzt ja nicht so der super weite Weg. Aber es ist halt echt den Weg, dass ich da ja auch Gesundheit eingesammelt habe. Oh nein, ich reite in die falsche Richtung. Oh nein. Oh. Ey. 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 Ah, das war ja natürlich wieder maximal dämlich hier, ne? Haha. Das mit dem Weiten, das ärgert mich jetzt wirklich, dass ich da den ganzen Weg da nochmal hin muss. Ich reite euch. Auch nochmal Maschinen. Diesmal kommen wir da aber gut dran vorbei. Vielleicht. Tatsächlich. Oder kamen da hinten noch ein paar welche? Diesmal kommen wir dran vorbei. Perfekt. Das heißt, wir können jetzt hier einmal steigen. Und schnell speichern. Dann müssen wir nämlich den Weg nicht nochmal gehen. Wir können nochmal hier die Gesundheit mitnehmen. Yay. Ich bin schon wieder zu weit. Wir müssen doch dann den Wasserfall hoch. Den können wir nochmal mitnehmen. Wir können hier die Maschine. Ach. Mann, wer ist. Aber jetzt müssen wir hier noch zwei Minuten klettern. Ja, jetzt sind wir wieder bei den fünf. Ihr habt da bestimmt einfach vorgesprüht. Oder so. Ich wundere euch das mit mir nochmal angetan. Was ja auch nett ist. So. Hoch da. Das muss doch jetzt hier. Florian kann da abgehen. Das geht doch hier noch wieder runter. Da geht's doch hoch. Hier rüber. Hüpp. 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 Hier rüber. Ja. Unser Ziel ist ja, dass wir das Netzwerk kaputt machen. Damit sie nicht mehr mit ihren Fokussen... Was ist hier eigentlich Foki? Hm. Dass sie nicht mehr miteinander kommunizieren können. Ob ich mir dieses Lagerfeuer sein soll, das wir hier entdeckt haben. Naja, auf jeden Fall sollen sie damit nicht mehr kommunizieren. Und deswegen... Versuchen wir es jetzt hier... Irgendwie dieses... Internet kaputt zu machen. Ja, wir wollen das Internet wischen. Sozusagen. Ach stimmt. Hier war ja... Den wollen wir mal... So. Jetzt machen wir das... Hoffentlich etwas schlauer. X nicht C. Nein, ich kann ihn gar nicht rufen. Schläfe auch gleich ein. Der rechts wird uns gleich sehen, vermute ich mal. Achso. Wir können hier einfach hin. Das sind ja Befreundete. Oh. Ha. Lägerlich. Das ist ja einfach irgendein Posten. Hier, irgendein Posten. Mega. Jetzt können wir hier einfach... Wupp. Weiter reiten. Ich dachte, wir wären schon da. Das war einfach nur eine Abkürzung. Unfassbar. Kannst du dir nicht ausdenken, ja. Ich dachte, wir wären schon da gewesen. Na gut. Das war einfach nur der schnellere Weg zum Ziel. Lang Bein, nicht lang Hals. Ah. Nein, lang Hals ist hier, glaube ich, nicht so wirklich in der Nähe. Da wäre noch einer. Hier unten ist noch einer. Diese zwei gibt es hier noch. So, müssen wir einmal durchcraschen. Denn... Doch, du bist schnell genug. Komm. Und wie du schnell genug bist. Hoppall. Alles gut. Schaffst du. Ich nehme jetzt hier auch wieder eiskalt das Lagerfeuer mit. Schnell speichern. Kümmert euch wieder um euren Kram. Ich bin natürlich schlau, erstmal die Blumen zusammen zu sammeln und dann zu speichern. Also, das ist unser. Also, was haben wir da noch? Ah, perfekt. Wohnt sich ja richtig, ja. Jetzt schweichern. Wie weit ist noch? 170 Meter. Die kann man ja auch zu Fuß gehen. Da ist noch ein Händler. Ich will gerade, ob wir den brauchen. Ich glaube nicht. Den brauchen wir nicht. Lassen den Händler einfach mal Händler sein. Das Eclipso-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Ja, das ist die Frage. Oh, Moment. Nicht wir. Ich mache ja die gefährlichen Sachen. Du gehörst nur mit. Aber der Typ lebt noch, oder? Also, er spricht nur quasi über seinen Fokus mit uns. Aber kann er dann noch mit uns sprechen, wenn wir jetzt das Fokus-Netzwerk abschalten? Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Fragen über Frage. Nein, das Schweigen im Walde. Fragen über Fragen. Oh, gut. Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Ist klar. Wenigstens leistet mir das Feuer, Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokus-Netzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eklipse ein. Äh, was? Dann warst du Teil von der Eklipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich. Schon immer. Doch in der Tat war es so, dass ich der Eklipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Na dann. Stellen wir halt nicht noch tausend Fragen. Also ein Langhals. Ich hatte gedacht, dass das noch aus der alten Zeit dann ist. Also Satelliten oder so. Wenn man dann vielleicht abschalten muss. Aber wir schalten auch gerne einen Langhals aus. Das ist bestimmt so gedacht, dass man hier durchschleicht. Habe ich noch die richtige Rüstung dafür an eigentlich? Nee. Ich nicht. Wenn wir die hier anziehen. Das wird hier genau das Richtige sein. Ich möchte nämlich nicht unbedingt gegen diesen Vogel kämpfen. Ich mag die Vögel nicht. Wächter sind ja schön. Ist auch ein bisschen blöd, dass die nicht überbrückbar sind. Das macht halt irgendwie diese ganze schöne Taktik vom Anfang her. Mit dem Überbrücken und macht es zur Zeit auch echt wenig attraktiv. Jetzt noch weitere Echostationen zu erkunden. Wenn man die eh alle nicht überbrücken kann. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Weil die waren glaube ich schon ziemlich garstig, diese Vogeldinger hier. Okay, der wandert dann wieder zurück. Ich habe die Überlegung, jetzt einmal rüber zu gehen. Hier lang ist eine Sackgasse. Oh, da drüben ist noch mal was zum Verstecken. Ja, vielleicht geht es. Ansonsten muss man da oben lang. Da müssen wir jetzt wieder zurück. Ich habe keine Lust drauf. Da können wir hoch. Den Wächter können wir ausschalten. Der Vogel ist halt das Nervige. Jetzt weifel kommt der Vogel. Was? Shit. Zu früh. Zu früh. Da komme ich auch gar nicht hoch. Ach nee, ey. Kommt er nicht hoch. Da kann er ja nicht hoch. Hm, wo geht es denn da eigentlich hoch? Muss er doch über die Kabel gehen. Ach, das ist ärgerlich, ne? Wieder einmal zu früh geklickt und schon geht das nicht mehr. Mal sehen, was dahinter ist. Nur der Tod. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Ihr wie Soldaten. Wo geht es denn eigentlich auf die Kabel drauf? Wo geht es denn eigentlich auf die Kabel drauf? Wir gehen mal da drüben dann weiter gucken. Ja, ich stelle ich nicht so an. Oh. Spaßig. Was ist denn wie ein dick? Was? Ah, ist der Tod. Ähm. Man darf hier immer nicht entdeckt werden. Oh, das wird ein nerviges Kapitel hier. Mal sehen, was dahinter ist. Das wird ein nerviges Kapitel. Verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Ihr wie Soldaten. Die als Reserve auf den Krieg waren. Du musst an ihnen vorbei. Was ist der leichte Weg? Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Meine Idee wäre, wenn wir auf dem Kabel dann einmal sind, dass wir dann da einfach langschleichen können. Drüber weg. Den da hinten hatte ich nämlich nicht auf dem Schaum gehabt. Müssen wir dann ziemlich schnell da rüber. Beziehungsweise erst wieder hier ins Gebüsch. Ja, weil der kommt nämlich jetzt. Warten, bis der abdreht. Ich glaube, das klappt. Von der Zeit her. Von der Zeit her. Schaut gut aus. Aber ich sehe immer noch nicht, wie wir da ans Kabel kommen sollen. Jetzt gehen wir erst mal hier rüber. Knapp. Jawohl. Und da können wir hochklettern. Vogel kommt aber echt dicht dran. Also, dass der uns da nicht sieht, wird noch interessant. Jetzt gehen sie. Okay, wir sind oben. Jetzt wäre die Idee, dass wir einfach hier rüber klettern. Hätte sogar auch... Egal, geht's auch irgendwo hin? Oh, shit. Einmal kurz weg. Interessiert auch, was hier ist. Noch eine Kiste. Meine Frage ist, ob wir jetzt über den weggehen können, den Vogel da. Das ist nämlich die Nervtüte. Das ist grünlich. Geklappt. Ignorier sie. Ist nicht deine Sache. Und natürlich gibt's hier noch ein weiteres Areal. Das war jetzt bestimmt das Leichte. Ja, da haben wir noch mal solche Kollegen. Super. Ich hoffe, er hat hier gespeichert. Wenn nicht, wäre das ganz schön mies. Gut, wir müssen auf die andere Seite, logischerweise. Die Frage ist... Wie? Wir können nicht gegen drei von diesen Viechern kämpfen. Okay, wir haben die beiden, die uns erstmal dort im Weg stehen. Jetzt wäre ein guter Moment. So, dann ist die Frage, wo ist der nächste sinnvolle Punkt? Wahrscheinlich hier rüber. Das ist schon relativ weit. Oder halt hier. Ich weiß noch nicht, wie man von da aus weiterkommt. Das ist zumindest schon mal eher unsere Richtung. Ich weiß noch nicht, wie man von da auslösen kann, wie man von da auslösen kann, wie man von da auslösen kann, wie man von da auslösen kann. Ich weiß noch nicht, wie man von da auslösen kann. Ich weiß noch nicht, wie man von da auslösen kann. Das ist ja nett. Hallo, Mädel. Klettern bei Horizon Zero Dawn. Hallo, geh da rüber. Sie geht nicht rüber. Ich raff's nicht. Wieso? Ach, jetzt. Man muss da ganz rüber. Ja, alles klar. Oh, geschafft. Gut. Oh, ich dachte, ich scheite jetzt an der Klettermechanik. Hörst du mich? Hörst du mich? Ich sehe die Beine eines Langhalses, aber keinen Langhals. Verdammt. Der Transmitter wurde entfernt. Sieh in der Schlucht links von dir nach. Er kann nur dort sein. So viel zu deinem Insider-Wissen. Bei den Explosionen? Toll. Du hast genau einen Versuch, Aloy. Also spar dir den Sarkasmus und mach einfach. Siehst du die Brücke? Über die Schlucht? Ja. Merk dir ihren Standort. Man kann sich seitlich an ihr abseilen. Das ist dein Weg hinaus. Und die Eklipse-Truppen? Umgehen oder töten. Deine Wahl. Die Sprengung sollte alles übertönen. Finde den Langhals und zerstöre dieses Modul. Dann mal los. Und vielleicht springt sie runter. Ich weiß nicht genau, was das war. Aber die Menschen können wir immerhin leise ausschalten. Das funktioniert schon mal besser als mit den Maschinen. Okay, wo muss ich jetzt hin? In die Schlucht links von mir. Ist da draußen etwas? Wo kommen die denn jetzt alle? Hä? Ich wollte doch nur den einen da anlocken. Ich sehe auch noch nicht den nächsten Ort, wo ich hinlaufen kann. 1, 2, 3, 4, 5. Ist ja eigentlich sogar eine Menge, die ganz... ...okay handelbar wäre zur Not. Und hier muss ich mir jetzt, glaube ich, gar nicht... ...so die Gedanken machen. Ja, also ich kann jetzt hier rausgehen, aber ich bin dann blind. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe ja netterweise auch die hohe Position verloren. schon mal die Bureau. Der Boden sieht zerwühlt aus. Zielspuren... ...zu dem Tor... ...das Torst verriegelt. Kein Durchkommen. Du brauchst einen anderen Weg. Ach ja? Ich muss über die Brücke. Ist da echt kein anderer Weg rüber? Da ist ein Seil. Da können wir dann rüber. Also wir müssen auf die andere Seite der Brücke. Das hilft nix. Alter, wir brauchen den. Sehr gut. Jawohl. Das war richtig gut. Der verschwendet. Was hin? Ah, ist noch ein. Gut. Also, ne, Menschen sind hier kein Problem. Ist da vorne ein Kampf? Nein. Eine Ausgrabung. Wenn du schnell bist, betrifft es dich nicht. Toll, noch ein Geheimnis. Also, Menschen sind hier echt nicht so das große Problem. Ähm. Eher die Maschinen. Da komme ich noch nicht so gut gegen an. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Oh, hier ist so richtig viel zum Scannen. Was ist das für ein Ort? Eine Ablenkung. Hier sind viele Datenpunkte. Ja, die Datenpunkte würde ich sagen. Die gönnen wir uns dann in der... Die machen wir jetzt noch. Zum Abschluss. Also, wenn ihr kein Interesse an den Datenpunkten habt, schaltet ab. Ansonsten mache ich jetzt hier noch die Datenpunkte. Das war der Geiz. Und das Zimmer, den Geruch von Weihrauch, die kunstvollen Stickereien an den Vorhängen. All dies war schwach. Ich stieg aus dem Bett, riss das Fenster auf und legte mich nackt auf den Steinboden. Entschlossen, allen Verführungen der Bequemlichkeit zu widerstehen. Aber als ich am nächsten Morgen erwachte, lagst du neben mir. Wie ich nackt in der Kälte. Dein Körper ausgestreckt neben meinem. Chinos Stein gemeißelt zu sein. Ich sah, wie du wach wurdest. Sofort wachsam wie ein Tier, das zum Angriff bereit ist. Du sagtest nichts. Das musstest du auch nicht. Du hattest mir bereits bewiesen, dass wir füreinander bestimmt waren. Niemals seit... Niemals seit die Sonne Mitleid. Und doch, als meine Frau im Kindbett starb und mein ungeborenes Kind mit in den Tod nahm, bemitleidete ich mich selbst. Mein Gebieter spürte das. Aber anstatt mich für meine Schwäche zu bestrafen, erwies er mir eine strahlende Ehre. Er befahl, meine Angehörigen in den heiligen Höhlen zu begraben, die Königen und Helden vorbehalten sind. Unvorstellbar. Niemals wieder sollte ich bezweifeln, dass ich der Auserwählte der Sonne bin. Niemals wieder sollte das Mitleid seinen Weg zu mir finden. Weder mir selbst gegenüber, noch anderen. Als ich den verborgenen Schatten zum ersten Mal erblickte, erzitterte ich. War ich nicht der Auserwählte der Sonne? Ein strahlendes Licht des Glaubens, das die Dunkelheit zerreißt und vertreibt? War es nicht an mir, diesen Teufel zu vernichten? Aber hohe Priester Bahawas unterwies mich in der Prophezeiung und rückte mir den Kopf zurecht. Der Mörder des wahren Sonnenkönigs durchbrach den kosmischen Kreislauf kurz vor seiner Vollendung. Die ganze Welt in Dunkelheit gehüllt. Verdammt. Um neu zu beginnen und das Rad der Zeit zu drehen, braucht es mehr als Sonne und Glauben. Alle Kräfte müssen vereint werden. Alle Hälften der Natur für die eine Sache zusammengebracht werden. Schatten zur Sonne, Nacht zum Tag. Selbst der verborgene Schatten will, dass das Rad sich dreht. Denn ohne eine Sonne am Himmel gibt es keinen Schatten. Mein Gebieter, der 13. König des Karja-Sonnenreichs, wurde ermordet. Von Feiglingen, die eine strenge Herrschaft mit Wahnsinn verwechselten. Die Starken werden heimgesucht von den Schwachen. Das waren seine Worte, als die Verräter angriffen. Als ihre Kanonen, geschmiedet von Oseram-Abschaum, die Festungsmauern schleiften und die Tore aufspringen. Ich hätte bis zum Ende gekämpft. Aber es war sein Wille. Der Wille der Sonne, dass ich den Prinzen und die Könige nach Westen führte. In Sicherheit. Mein Gebieter zögerte nicht. Er sah sein Schicksal. Er blickte in die Sonne und blinzelte nicht. Mit mir schickte er Falken, Adlige, Sonnenpriester und Sklaven aus. Ich tötete alles, was uns aufhalten wollte und kämpfte einen Weg nach Sonnenfall frei. Dort sollten wir uns zusammenschließen und Kräfte sammeln, um unsere Heimat zurückzuerobern. Doch unsere Kraft schwand, bis der verborgene Schatten ans Licht gebracht wurde. Und die letzte. Solange König Itamen in Sonnenfall dahin zieht, verwöhnt von seiner Mutter, wird er nie die wahren Lektionen der Sonne lernen. Ich habe versucht, ihn zu unterweisen, doch der Einfluss seiner Mutter schwebt wie ein Schatten über ihm. Eines Tages brachte ich ihn auf den Palastbalkon, damit er eine Opferung im Ring zu sehen konnte. Aber er zeigte kein Verlangen danach. Er wandte den Blick ab. Seht in die Sonne, sagte ich ihm. Bedeckt nicht die Augen. Sie ist immer bedingungslos. Sie nährt das Leben und sie brennt es hinfort. Sie verbrennt die Haut von Streitern und Jammergestalten gleichermaßen. Niemals zeigt die Sonne Mitleid. Das ist das Beispiel, dem ein Sonnenkönig folgen muss. Das Beispiel eures Vaters. Doch bevor er meine Worte verinnerlichen konnte, war sie da, drückte ihn an sich und bedeckte sein Gesicht mit ihrem Gewand. Wie soll ein König herrschen, wenn er nichts sehen kann? Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.